Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin 32 Jahre alt und seit 2009 Bäckergeselle in der Bäckerei Schäfer. Ich habe hier in dem Handwerksbetrieb meine Ausbildung begonnen und 2009 erfolgreich abgeschlossen. Der Bäckerberuf ist ein traditionelles Handwerk, aber keineswegs Altbacken. Ganz im Gegenteil, die moderne Technik trifft auf Tradition. Bei uns sind handwerkliches Geschick und Kreativität gefragt. Gleichzeitig erleichtern uns hochmoderne Maschinen viele Arbeitsschritte im Alltag. Zupacken und ein bisschen rechnen muss man als Bäcker allerdings trotzdem können. Ich kann mir nicht vorstellen, 8 Stunden am Tag vorm Computer zu sitzen. Ich arbeite lieber körperlich und liebe es mit meinen Händen zu arbeiten. Ich freue mich immer am Ende des Arbeitstages zu sehen, was ich geschafft habe. Meine Muskeln kommen auch täglich zum Einsatz, zum Beispiel wenn ich ein vollbeladenes Blech in den Ofen schieben muss. Jeden Tag stellen wir für unsere Kunden leckere und feinduftende Backwaren frisch her. Riechen, fühlen, schmecken. Das ist es, was jeden Tag Spaß macht. Wir haben täglich mit frischen Rohstoffen und Zutaten zu tun. Und mit denen geht man auch ordentlich und pfleglich um. Nicht nur Brot, sondern auch Brötchen, Flits, Partyartikel, Kuchen, Kaffeestückchen, Torten und vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In unsere Backstube kann es auch mal richtig heiß hergehen. Dann ist Teamwork gefragt. Dann vergeht die Zeit wie im Flug. Viele Kolleginnen und Kollegen sind auch privat meine Kumpels. Dann macht es nochmal umso mehr Spaß. Die Arbeitszeiten sind für mich kein Problem. Im Gegenteil. Wer früh anfängt, hat auch früher frei. Und der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Außerdem können wir in unserem Betrieb auch auf verschiedene Schichten arbeiten. Kneten und Backen sind noch lange nicht alles. Vom Ausprobieren neuer Rezepte und Zubereiten verschiedener Backwaren zu verschiedenen Anlässen und Aktionen. Es wird nie langweilig. Wer früh anfängt zu arbeiten, ist auch früh fertig. Bewirb dich jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017